hey und herzlich willkommen zur ersten runde von fortnite es ist eigentlich ähnlich wie hnz1 oder pubg es sind 100 überlebende und wir spielen im zwarer team und das letzte gewinnt ja wir fahren da jetzt ein bisschen bus über die map und wir können jetzt entscheiden warum wir ausgespringen wollen und auf der map mal kommen wo wir hin wollen wo kommt der bus da kommt der bus ich hab gesagt wir gerne mal so gute idee oder da haben wir einen greasy groove oder das ist mal cool du denkst du bestimmen kann ich da insgegen und ich glaube ich glaube ich bin so schnell ich bliege noch ein bisschen damit wir wissen wer schnell da ankommt ist aber wirst du hin hinten vorne links rechts weil ich glaube da fliege ein fixer hin ich gehe los ja dann geht zum zweiten oder das gegenüber nehme ich vielleicht ich nehme das gegenüber naja das ist der hinten so fällt mir besser ich habe eine zwei leite ziege schon da ich nehme das ist ja das da bei mir halt zwei leiten landen hinten das haus war nur voller muni bis jetzt bei mir nur voller essen oder heal sagen kurz oder noch immer keine waffen oder wenn die zwei kommen mit waffen wenn ich will ja eigentlich ich gehe da hin es ist mindestens auch wirst du zu glücklich aber überwacht das ist leer ja ja aber das ist leer Oh, er schaut gerne an das Mobil ist, der grüne Auto schaut dran, nice, so ich sie noch nicht, den 2. Oh, er war Sturm, wer? Nein. Und er war Autoshot, den war geblieben. Alle zwei Kisten. Oh, den Wunsch. Ich muss einmal einen Drang nehmen. Ich war schon am Drang. Ich habe noch einen Drang, der muss zu mir kommen. Bist du vorhin schon? Ja, bin schon. Ja, da bei mir. Warte, markiert ich das. Irgendwie kann man das nicht so gut markieren. Da wo ich halt bin. Achso. Ich habe noch einen Drang, falls du noch einen haben willst. Aber bevor ich da ein bisschen mitsehe, dran nehme ich den Drang mit. Die sind denn die? Ich bin auf der Jagd, aber siehst du nicht. ganz ruhig weiterleben. Eigentlich schon. Und hier? Ja, ich bin 100er Jahre alt, weil ich kurz zu wissen willst. Wo ist die da? Ich renne auf dem Schnull zu dir. ich bin 100er Jahre alt. Ich bin 100er Jahre alt. Ich bin 50 Prozent. Ich bin 10 Prozent ¡Oh, ich bin 11 Prozent! Ich bin 100 Prozent! Ich bin 80 personas. Bist du nicht? Ich bin 100 Prozent. Das ist ok. Noch einer. Schnapp zieh, mein Alter. Du hast noch Zeit. Oh. 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 Ich hab noch ein Drittel leben. Soll ich ihn retten? Wenn's schafft. Soll ich das Haus krallen, brauchst du? Wo ist er? Wo ist er? Alter Schwede. Holy shit. Holy crap. Er hat mich nicht gesehen, ich war hinterm Loot versteckt. Alter Schwede. Hey, die haben geteamed, gell? Ganz gut. Made it. Alter Schwede, ich muss mal hart looten gehen. Hast du... Alter, ich hab so viele Verbände, ich hab zu viel. Ich hab zu viel. Da gibt's ja 3, da. Alter Schwede. Ahm. Muss ich mal schauen, was wir alles haben da. Hast du die? Sniper? Oder nein, ich hab auch mal Sniper. Hast du die? Sniper? Oder nein, ich hab auch mal Sniper. Hast du die? Hast du die? Hast du die? Die? Ich hab nur grüne Waffen. Ja, auch blaue Sniper hab ich. Aber wenn ich den lassen, wir die Verbände in Ruhe. Das war meine. Wie soll ich liegen? Da fangen wir vor. Ja, weil ich den Koffer gut geheißen habe. Ja. Nein, ich brauche ein Pudish. Ähm. Was willst du? Ähm. Eine Maschinenpistole. Hast du auch eine Idee? Ja. Maschinenpistole. Die war blaue. Ah, grüne. Ja, dann ihr bitte. Bitte brauche ich die Daily Quest. Ja, aber schieß nicht. Damit wär's smooth. Wirst du mit einer? Was denn? Äh. Sniper Mooney geworben. Äh. Sicher. Wir sind auch immer in der Zone. Was? Nein, ich hab mir jetzt ins Schuss. Frau, Philipp, wenn einer zu Greasy Groove kommt, glaubst du, von welcher Richtung ist das? Schön wissen. Okay, dann ist ja klar, wo wir jetzt hin müssen. Nice. Ich glaubst du bist so schlau mit einem Sniper in der Hand und mal mit einem Nagel. Ja. Das Sturmgewehr ist wahrscheinlich verletzt. Sturmgewehr. Ich hab leider nur noch neun Schuss für meinen Shotgun. Kann man die Munition halbieren? Ne, scheiße. Oder doch? Ja, machen wir. Wie ich mach's? Das war die ganze. Wie ich hab, wenn wir das halbieren? Die Nummer 8 Schuss. Die da? Ja. Ja. Ja, die ganze. Nein, ist verbiert, gell? Verbiert, ja, ja. Ich hab's glaub mit Shift oder mit Alt gemacht. Nein, mit Steuern, glaub ich. Mit Steuern, glaub ich. Weil mit Shift hab ich's probiert. So, ich muss ja mal eine Waffe noch lang, kommt mir nicht auf. Like. Also Sniper hat immer nur einen Schuss. Ja. Ich muss jedes Mal auch lang? Ja. Okay. Ich muss die kleine Bude eigentlich schon. Okay, okay. Braucht nix. Das ist so. Kann ich ein bisschen reinig machen. Ich muss sie wieder oben rufen. Ich mit meiner Sniper. Nein, ich rein alle da vom Übelhaube. Ich muss sie wieder oben rufen. Das ist wieder noch Korkansi. Ich muss sie ja. das leben nein hat sonst gespielt also so wie obi clinch wie weit sie tippen ah da hinten ist einer es erhofft so rein und her dass sie mich nicht ich hab ihn 55 geschaut es war schuld wo ist er ah da ist nach rechts abgekaut ich hab halt unsere position ganz offen gelegt oh da schießt der vor uns nein hinter uns rechts rechts nehmen wir uns ich schaff es doch nicht ausbauen fuck ich stirb fast alter was ab wir brauchen da alles hin ich muss philip muss man da schon essen rechts rechts beim baum rechts beim baum oder bei east west east bin man von großen baum der rechts woher ist er Da rein, da rein, da rein, da rein, ist Da rein die Hüge auf mir Fuck Da rein du Gehst du auf hier? Abo Da unten baut er Oh, den hat er nicht erwischt, weil sie runtergezogen hat Die Kugel Ich schiesse die Brücken ab Oh, gib nicht einmal die Brücken, den erwischt Wir müssen aber raken Yo, der ist wieder knappe Spur bei uns heute Ich habe nämlich kein Shield mehr Das ist echt schlecht Ich wollte mal shielden Ich schraub ihn noch nicht Voll Läuft's Läuft's Ey, wer hat mich? Ja, was ist denn los? Ich muss aber kurz schauen Achso, Discord Lodf Der Zentrex will Oh, rennen wir weiter, gell? Ja, rennen wir runter Wie wundert's, dass ich den auch nicht ziehe Ich habe galtzudank noch 5,15 Schuss auf meinen Sniper Tja, ich habe einen guten Muni gehabt für dich Ja Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich nur ein, zwei Mal getroffen Aber das ist, wenn ich halt so auf der Distanz umrufe Ich habe zum ersten Mal in dem Stuhl mit einem Sniper geschossen Du musst halt echt predikten, wo der hingeht Ja Und wenn der hin und her ruft, ist er wahnsinniger Geht sich das nicht aus? Da draußen ist schon wieder die Kiste, was Nihana mitnimmt, glaube ich Guck mal Ja, warte, bauen wir was auch Ja, ich sehe ihn Ja, läuft doch Fuck, Frostaui Ego, du baust uns ein? Ja, wollte ich nicht Der wird alles hinmachen Wie viel Schuss hat der noch? Philipp, ich rät's mir da hinten nochmal, gell? Hat er dich? Ich bin sicher Vielleicht nicht Ich habe mir gerade Bandagen gegeben wollen Aber der Super Schuss hat doch einen weiteren Rage, ich habe das gedacht Und die wollten sie nicht Jo, das ist nett, ich weiß Wo ist er, wo ist er, wo ist er Oh, ne Ich hatte Schuld noch Ich habe viel zu viel Lebensstück verloren gehabt Die Rakete ist auch so OP Wie ist denn euch? Danke fürs Zuschauen Wenn ich das Video gefallen habe, schreibt es in die Kommentare Gebt einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat Abonniert uns Und tschüss Ciao